Ja hallo und herzlich willkommen meine lieben Glossbosse zu diesem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für der Papa bewertet eure Detailing Hallen. Wir haben drei Kandidaten am Start, den Jens, den Dirk und den Andreas. Ich bin mir sicher zwei von den Hallen werdet ihr schon kennen. Die sind nämlich schon sehr bekannt, sind auch sehr schön, um nicht zu viel zu verraten. Eine der Hallen von denen, die wir heute hier mit dabei haben, ist ein absoluter Traum. Also es ist wirklich... Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wenn du mit dabei sein möchtest, schick mir gerne deine Bilder an irgendeine E-Mail-Adresse, die es von mir gibt, per WhatsApp, per Einschreiben. Wenn du sie ausgedruckt hast, dann scanne ich sie ein und irgendwie kommen wir schon klar. So, und es hat immer noch funktioniert mit den Überblenden. Wahnsinn. So, wir starten direkt mit dem ersten, nämlich der Jens von JLS Fahrzeugpflege oder Fahrzeugaufbereitung. Moment, ich muss mal kurz gucken. Nicht, dass ich was Falsches sage, das möchte ich nämlich nicht. Einen Moment, wie immer hier super vorbereitet. Fahrzeugvereelung. Bitte entschuldige, Jens, bitte entschuldige. Der Jens von JLS Fahrzeugvereelung, der hat mir hier ein Bild gestickt, von PETZ. Danke dafür. Ne, ist natürlich nicht das einzige, aber ja, wir schauen mal rein. Ich bin ja immer sehr schlecht darin, Sachen zu erraten von Herstellern, die ich jetzt nicht so kenne, die jetzt nicht so geläufig sind bei mir. Aber ich glaube, das sind Liquid Elements Pads, die oben nicht so ganz chronisch so zusammengehen, sondern so. Dann haben wir vielleicht Surfaces Pads. Das hier in der Mitte, die grünen, das müssten Sonax Pads sein, diese 80 mm. Ja, schöne Auswahl. Das ist hier oben. Das weiß nur der Jens selber. Aber die PET-Kiste soll jetzt nicht das Interessante sein. So, was mir schon mal hier richtig, richtig gut gefällt. Auf den ersten Blick. Der iMac. Finde ich, guck mal hier, Gutscheine. Jens, hast du da etwa einen Gutschein so auf Holz lasern lassen? Das ist ja eine geile Idee. Also, dass es nicht einen Gutschein gibt auf Papier, sondern Gutschein so auf Holz gelasert. Wird sich jetzt wahrscheinlich nicht lohnt bei einem 25 Euro Gutschein. Aber ich kann mir vorstellen, dass das doch Abnehmer finden würde. Ja, Büroecke. Ja, tut mir leid, Jens. Aber bitte im Hintergrund. Hier, der Hintergrund. Das irgendwie verkleiden. Das wäre schön, oder? Das ist nicht dieses, ist ja auch kein Trapezblech. Was ist es? Das weiß auch wieder nur der Jens. Ja, also das wird die, die, diese, diese Ecke wird es, glaube ich, noch richtig abrunden. Wenn du das noch verkleiden würdest, irgendwie. Wobei, hier ist ein Tor, ne? Das ist ein Tor. Ja, dann vergiss es vielleicht mit dem Verkleiden. Scheiß Tipp. Danke, Marvin. Tolle, tolles fachkundiges Personal würde da hier am Start. Egal, wir machen weiter. So. Surfaces Coatings, Sonax Coatings, dann Flaps. Machst du auch Tuning? Ach, guck mal hier, Dual Motor. Ah, okay. Der Jens macht anscheinend irgendwas mit Tesla. Ah, interessant. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe bald auch eine. So, kommen wir weiter. Ah, okay. Also ist, okay, okay. Ich kriege jetzt noch eine ungefähre Vorstellung von den, von den, von den Räumlichkeiten. Ich, ich hätte, also ich habe mir natürlich so ganz grob die Bilder vorher angeguckt, aber ich hatte es irgendwie schon wieder im Gefühl, dass wir hier wieder schwarz und, und, und rot, das Farbmuster schwarz-rot wieder zu Gesicht bekommen. Das wird übrigens bei allen Kandidaten heute eine Rolle spielen. Aber ja, ich, ich glaube, es ist irgendwie genau wie das Ikea-Malmregal. Schwarz-rot ist so, jo, das muss er haben. Als, äh, Aufbereiter. So. Aber Jens, dann, warum hast du es dann nicht auch im Logo? Logo ist Gold. Auch schwarz-rot machen. Ah, hier die Auffahrrampen. Selber gebaut. Aus Holz. Irgendwie hier so angefasst. Auch selber gemacht. Jens, lass mal auch bitte gerne Feedback dazu da auch eben. Irgendwie ist es halt immer so ein bisschen interaktiv auch. Ich stelle dir quasi Fragen und vermute, dass du das Video dann siehst und dann so direkt darauf antwortest. Das stelle ich mir zwar immer so vor, das klappt nie, aber ja, vielleicht jetzt ja mal. Also, sehr wahrscheinlich selber gebaut, würde ich mal annehmen. Und was sind das für Fliesen? Ähm, weiß ich, jetzt schon, die Fragen werden kommen. Äh, das sind ja keine, das ist ja nicht dieser, dieser Performance-Floor oder diese Gitter-Klick-Fliesen. Forte-Lock heißt das, glaube ich? Heißen die so? Forte-Lock? Aber auch hier wenigstens durchgezogen, ne? Äh, Farbschema. Alles schon. Ach, ja, und guck mal hier hinten. Da sind sie doch. Da sind sie. Die Malmregale. Ne, schöne, ach, eine schöne Ecke. Ich finde das gut, wenn man so viel Platz hat, dass man dann hier rechts so einen Raumtrenner machen kann, ne? Wo man dann noch so Sachen unterbringen kann und so. Ja, finde ich geil. Der Jens ist auch zertifiziert bei Sonax, beziehungsweise hat er so einen, äh, äh, ich nehme an, dass er das, ja, Name steht auch drauf. Äh, vergesst, was ich gesagt habe. Äh, Jens ist garantiert zertifiziert bei Sonax. Ich nehme sie nicht nur an. Er ist es auch. So, dann gucken wir mal rein, da lunkern wir mal rein. Was hat er hier? Ultimate Cut 6 plus 3 ist 9. Cut Max, ja, Cut and Finish. Äh, alte Label noch. NP-0306. Hab ich nie benutzt. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab sie nie benutzt. Rupes-Politur, Merzener-Polituren. Aha, aha. Bremsenreiniger. Powerbremsenreiniger. Und Akkumaschinen. Ah, der Jens hat Akkumaschinen. Auch da mal gerne, also nicht nur eine PXE natürlich, sondern auch eine XFE und eine XCE nehme ich an. Wird Sinn machen. Jens, lass mal gerne Feedback da, ob du zufrieden bist mit den Akkumaschinen, beziehungsweise ob du gut damit klarkommst. Würde mich mal interessieren. Ich hab ja auch welche. Und ich nutze tatsächlich jetzt lieber wieder, ähm, kabelgebundene Maschinen. Mich stört's dann irgendwie doch, dass der Akku da so hinten dran hängt. Dass es schwer ist. Ist das eine 21er hier, links? Nicht schlecht. Ja, schöne Auswahl. Hier noch ein paar Detailer, ein fetter Vorrang, Leder-Sachen, Lex-Hool. Der Jens hat noch Lex-Hool, das ist auch aus den ganz alten Zeiten. Das ist auch aus den ganz, ganz alten Zeiten. Voll geil. Auch die, auch das Etikett hier vom Color-Lack, äh, von der Lederversiegelung, Jens, das ist auch noch aus ganz alten Zeiten. Ich glaube, da wird mal Zeit für eine neue Flasche. Hätte ich auch gerne einen Druckluft-Excenter mit den, hm, das passt ja gut, mit den, äh, Trizac, äh, Schleifscheiben, Schleif, ähm, Schleifpads von 3M. Frage jetzt an dich, Lenz, muss man, muss man da so ein Interface-Pad nutzen oder sind die Scheiben an sich schon gedämpft? Würde mich mal interessieren, ob's, äh, ja. Oder, oder, oder wie, wie du es nutzt. Ja, hier wahrscheinlich eine Cut-Kiste, Mikrofaser-Pads. Die blauen könnten, ich glaube, es sind Surfaces. Ich glaube, die blauen, das sind Surfaces-Pads. Oder? Ich werde es nie erfahren, glaube ich. Außer der Jens ist jetzt so gütig und schreibt es in die Kommentare. Ja, Rope, ähm, nicht Ropes, Sonax-Pads, ne, hier die grünen, gibt's ja auch in kleinen, in 80 mm. Hybrid-Wool-Pad, der Klassiker. Gibt's da jetzt auch in, ja, 75, beziehungsweise 80 mm. Für einen sehr sportlichen UVP. Jo, Reifenglanz-Gel, geil, guck mal, der Jens. Und die Dose ist sogar fast leer. Ja, hm, das heißt, es wird immer richtig benutzt. Geil, feiern wir ja auch. Ich persönlich mag's ja lieber, wenn Reifen glänzen. Ich finde, das sieht dadurch einfach stimmiger aus. Gemi-Klötze für die Hebebühne, schön geordnet. Ja, bei mir fliegen sie immer rum, ne. Das ist doch ganz schön groß. Guck mal, hinten noch so eine, ach, da kommen wir im nächsten Bild hin. Hinten noch so eine kleine Sitzecke, aber das sieht aber aus wie die DDR-Möbel hier. Hinten noch mal so ein paar Produkte präsentiert. Finde ich auch mal ganz nett. Ach, guck mal, verkauft er auch sogar, ne. Direkt mit Preisschild. Und ich glaube, ähm, ja, das sind doch auch so Holzdinger, wo du, Jens, da hast du doch da was reingelasert. Sag mal, bin ich geil, geile Idee, macht was her. Ein bisschen was verkaufen, ein bisschen was Gutes für die Kunden mitgeben, damit die nicht irgendeinen, äh, ja, bis bei Amazon da irgendwie sich kaufen, ne. Mit, äh, gekauften Fünf-Sterne-Bewertung. Wasch-Set mit Gridguard, ja, top, top. Schön aufgezogen. So. Ah, ach, guck mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier rechts ist die, ist die Sitzecke. Wo ist denn das? Ach, auf der anderen Seite. Ah, okay, jetzt verstehe ich, ja, okay, jetzt habe ich mich einge-nordet. Geil, da präsentierst du wahrscheinlich dann die Autos, ach, guck mal, ja, jetzt, muss ich weiter scrollen, ja. Da präsentierst du dann wahrscheinlich die Autos, die abholbereit sind. Finde ich supergeil. Ich hätte auch gerne so viel Platz, aber, ja, so ist es. Ja, wirklich schön. Ich finde auch, macht ein richtig schönes Bild, wenn man reinfährt. Auch wenn, schwarz-rot, auch wenn das das Standard-Detailer-Farbschema ist, ich finde, ich finde es hier passt, das wieder super rein. So. Jens, schöne Hallas, oder wirklich, wirklich guter Auftrag. Was hat hier, dein Flitzer? Ja, das passt. So, das müsste auch noch vom Jens hier alles sein. Moment, ja, da, bis hierhin darf ich scrollen, okay. So, was hat er in der Schublade? Nur ein paar Tücher. Guck mal, hier, das sind noch die Petzolz-Tücher. Hier, das erkenne ich. Der Rand, die Farbe. Petzolz, ich glaube, Superflausch heißen sie. Also, keine Ahnung. So, ich glaube, die Kamera ist gerade aus. Ja, ich glaube tatsächlich, die Kamera war aus. Ja, ist jetzt wieder an. Weiter geht's. Wir waren stehen geblieben bei den Petzolz-Tüchern. Hm, Nostalgie pur hier beim Jens. Schön. Echt schön. Hier nochmal ein paar Polituren und sowas drin, ne? Waschmaschine, Güte-Kompressor. Ja, halt so glaube ich. Also, den jetzt glaube ich jetzt mehr so ein bisschen Petz ausblasen wahrscheinlich, ne? Also, jetzt nicht so richtig knackig im Einsatz, sondern mehr so für, ja, leichtere Arbeiten. Wobei, könnte auch ein etwas größerer sein. Hat er auch hinten mit einem Riemenantrieb dran? Ja, gut. So, hier so ein Ava, Ava, Hochdruckreiniger. Jeder macht mal Fehler. Ein paar Bürsten. Welle Pro-Bürste hier links unten, kenne ich. Quasar-Sprüger, Schaumlanzen. Schick, schick. Auf so einen Wagen. Na ja, kann man einen Wagen genauer fahren. Ui, unten Buzzi. Ja, Jens, schöne Ausstattung. Ich gehe mal hier zu so einem Übersichtsbild nochmal hin. Das hier oder das. Ja. Was meint ihr? Schöne Halle. Ist sie gelungen? Fehlt bisher noch was? Meiner Meinung nach, ja. Hier hinten in dieser Büroecke. Irgendwie, also irgendwas fehlt mir da. Irgendwas muss da noch hin. Irgendwas muss da noch so, glaube ich, so verkleidet werden oder so. Dann wäre es, glaube ich, richtig, richtig rund. Aber, ey, passt schon. Jens, wirklich schöne Halle. Liebevoll eingerichtet, wie ich finde. Und, ja, ich kann mir auch vorstellen, würde mich auch mal interessieren, ob du das Vollzeit machst. Würde mich interessieren. Jens, lass mal gerne Feedback da. Ich hoffe, du hast dir alle Fragen notiert, die ich im Laufe des Videos jetzt hier gestellt habe. Und kannst dann gleich mal Rede und Antwort stehen. Ja. In diesem Sinne, Jens, vielen Dank, dass du die Bilder mir hast zukommen lassen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Viertelstunde. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Video wird eine Stunde gehen. Wir gehen weiter zum nächsten. Und zwar den Andreas. Andreas, im Vorfeld. Vielen, vielen Dank, dass du mir deine Bilder zugeschickt hast. Du bist jetzt, glaube ich, noch nicht lange fertig, so in diesem Sinne, mit der Halle, wenn ich es richtig verfolgt habe. Und ich glaube, nur für die Halle hier rechts für das Regal, da könnten wir eine ganze Folge aufnehmen, was ich hier alles für Schätze verbergen. Oh, schön. Deswegen, ich versuche mich auch jetzt nicht lange überall aufzuhalten, also, dass wir dann auch zum letzten Kandidat kommen und das Video hoffentlich nicht eine Stunde langer ist. Das Erste, was mir hier auffällt, was ich richtig geil finde, und ich glaube, das ist Custom-Made. Mit Riffelblech, Poliermaschinenhalter gemacht. Hammergeil. Das sieht richtig geil aus. Mark III, auf jeden Fall zwei Stück. Vielleicht eine, ne, eine Mille ist es nicht. Doch, könnte eine Mille sein. Eine rote, Proxxon, ne, hier oben, dann so eine Kraus, glaube ich, heißt, eine PXE, klar, PXE hat jeder. Schick. Ach, guck mal hier, hier habe ich auch, hier an so einem Ikea-Service-Wagen. Diese, diese kleinen Fächer, die habe ich auch super praktisch. Gucken, ob wir noch mal ein Regal finden hier, beim Andreas. Ja, wunderbar. Auch richtige Entscheidung, meiner Meinung nach, auch wenn ich es schöner finde, wenn es schwarz ist, aber Wände weiß gestrichen, das reflektiert mir, es gibt besseres Licht. Ja, ich weiß, schwarz ist besser, aber, ja, rationaler sind weiße Wände. Es wird einfach heller im Raum. Und dann die Motorhaube. Irgendwie hier vielleicht sogar schon, ich könnte mir vorstellen, hier so einstufig poliert, zweistufig, dreistufig oder irgendwie so, dass man so ein bisschen sehen kann, wie so die Steps sind, wie die Unterschiede sind. Nice. Ja, wir haben einfach gelungen. Der Teppich, den noch vielleicht in Rot, das wäre auch geil. Roter Teppich, der Kunde rollt auf den roten Teppich in die Halle rein. Auch schön. Ja, wirklich, wirklich cool gemacht. Finde ich echt eine coole Idee mit den Riffelblechhaltern. Schön einheitlich und, ja, nicht schlecht. Ja, also hier könnte ich mich jetzt wirklich stundenlang dran aufhalten. Hier sind ja wirklich geile Sachen drin, die ich, ich weiß, ich glaube zu 90 Prozent noch nicht mal kenne. Naja, vielleicht nicht 90 Prozent, aber sehr, sehr viele geile Sachen. Ich weiß ja auch, dass der Andreas so ein bisschen wie ich gerne schnüffelt. Nicht an den Unterhosen, sondern an Wachs. Hat ja auch eine beachtliche Wachs-Sammlung. Ah, ach, nee, ich, nee, wir machen weiter. Wenn ihr wollt, mache ich darüber gerne noch ein eigenes Video und, oder vielleicht fahre ich ja sogar mal hin zum Andreas, machen da ein Video. Hatten wir ja tatsächlich auch mal geplant. Zeitlich natürlich, ja, schon eine Herausforderung dann, Ruhrgebiet, Schweiz, da sind dann auch mal gerne acht, neun Stunden Autofahren. Ach, guck mal, hier oben noch so eine, da kommen wir bestimmt gleich noch hin, da kommen wir bestimmt noch mehr Bilder. Ja, geil. Da mache ich richtig Auge gerade. Richtig geil. Nein. Nein, Andreas. Die, Andreas, jetzt ernsthaft, die Duftrichtung ist, geil. Also das finde ich jetzt mal richtig geil. Die Duftrichtung von den Einzelprodukten vorne dran gepappt. Geil. Das war eine interessante Flasche. Ne, ich merke schon, ich darf mich, ich darf mich hier nicht so lange aufhalten. Tut mir leid, Freunde. Tut mir leid, ich muss da glaube ich wirklich, ich muss eine eigene, nur für das Regal muss ich ein eigenes Video machen. Schön. fahrbarer Licht, nicht Lichttunnel, eine fahrbare Lichtstation, CarPro Display, nicht schlecht. Gefällt mir richtig gut. Auch hier wieder, Farbkonzept, rot, schwarz. Haben wir eigentlich schon Mahnregale entdeckt. da darf ich nicht zu weit scrollen. Ja, super, super geil, Andreas. Auch hier oben die Ecke, Stianagos, dieser Kanister, Zinn, Stianagos, Stianagos. Geil. Irgendwie hier eine Playsy noch oder Xbox oder was weiß ich, bisschen Zeit vertreiben, bisschen zocken. Schön. Wirklich gelungen. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Da mache ich gerade richtig Auge drauf. Das ist einfach ein Traum. Echt stimmiges Konzept. Was vielleicht noch, ich würde nicht sagen, es fehlt nicht, weil es wird, glaube ich, nicht so gut ins Konzept passen, aber ein bisschen was Grünes. Bisschen Pflanzen, so ein bisschen lebendiger werden lassen. Aber, ne. Lebendig braucht, glaube ich, nicht bei der Wand. Die ist lebendig genug. Schön. Andreas, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du damit bei warst und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten, zum letzten, aber er ist nicht das letzte. Ich bin mir sicher, 90 Prozent der Zuschauer werden ihn kennen. Es ist Dirk Du. Der liebe Dirk hat mir auch Fotos zugeschickt von seiner Halle und wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, die Halle werden, wie gesagt, nicht alle von euch kennen, aber schon sehr viele von euch kennen, weil die ist einfach nur so schön, so schön. Aber auch hier, was mir direkt im Vorfeld auffällt. Dirk, kannst du auch gerne Feedback dazugeben, wenn du das Video siehst, hier kommentieren bei YouTube. Alles ist schwarz. Reicht das Licht, was du da hast? Also wirklich, sag mal wirklich, reicht das Licht. Wir werden mal rausfinden, ob es so, ja, am ersten Augenschein, ob es genug ist. Wir starten einfach. Die Rupeswagen, die Rupes Trolleywagen, ich habe ja auch einen und die sind normalerweise grau. Die Schubladen vorne sind schwarz, wie hier auch und Dirk hat sie da noch umlackieren lassen. Mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn es originale Ferrari Farben wären. Na klar. Na klar. In was für einem Lack lässt man dann wahrscheinlich auch die Rupes Trolley lackieren. Ja, einfach nur wirklich, wirklich geil. Ja. Natürlich viel mit Swiss Wachs, Swiss Öl. Damit macht er Dirk viel. Er hat ja auch ein eigenes Wachs, tatsächlich. Die Dirk, Du Edition und der Traum eines jeden Mannes, nicht irgendwie eine, sondern eine Wand voll mit Schränken von Sonic. Geil. Einfach geil. Hier noch so Accessoires überall von Ferrari. Sehr, sehr viel Swiss Wachs. Von außen sieht es auch sehr ansprechend aus, würde ich mal sagen. und ich glaube, ich muss mich, ich muss mich korrigieren. Also ich glaube, es ist genug Beleuchtung, weil ich denke mal, Grundbeleuchtung sind hier so doppel, doppelflutige LED-Panels und zwischendurch, seht ihr hier diese Dinger, die aus der Decke kommen. Ich glaube, das sind immer noch so einzelne Strahler oder Spots, die man an-aus machen kann. Ne, dann muss es reichen, dann reicht das Licht. Eindeutig. Die LAR15 lackiert. Ferrari. Ich genieße es einfach gerade. Ich genieße es einfach, mir die Bilder so anzugucken. Ich glaube, ich brauche da gar nicht viel zu sagen. Aber du hast den obersten, hier normalerweise kommt ja noch so ein Ding da drauf, wo dann die Steckdose auch dran ist und so. Das ist nicht genug drauf. Ach, herrlich. Herrlich. So schön. Ach, was ich, da will man noch nicht raus. Da willst du nicht aufhören zu arbeiten. Da willst du bleiben. Da willst du übernächtigen, schlafen. Hammer. Auch die Bühne, dass die Bühne keine Scherenhebebühne ist, ja, sondern dass man mit dem kompletten Auto auf die Bühne drauf fährt, den Wagen hochhebt. Ja. Geil. Klein, aber fein. Meter breiter wäre, glaube ich, noch geiler. Aber, naja, man kann ja nicht alles haben. Ist egal. Scheißegal, mach noch einen Meter schmaler. Egal. Nehme ich trotzdem. Echt schön. Echt schön. Wirklich liebevoll eingerichtet. Ihr seht ja auch wirklich, alles was da drin ist, wirklich jedes einzelne Dinge, ach guck mal, hier sind die Deckel auch wieder drauf mit der Steckdose. Jedes einzelne Dinge, was da drin ist, hat, also muss da rein. Es darf wirklich nichts fehlen. Alles ist wirklich so liebevoll vom Dirk vom Dirk da eingerichtet und ja, also, ich feiere es. Also, wirklich, ich brauche auch nicht mehr zu sagen, ich habe hier keine Verbesserungsideen, ich wüsste nicht, was man daran jetzt noch verbessern sollte, keine Ahnung. Es ist einfach perfekt, geil. Super stimmiges Konzept, super super klasse Halle, Dirk auch ein super super cooler Typ, wir telefonieren schon mehrmals miteinander und ja, geil, also, jo, ich, ich bin raus, ich bin raus. Dirk, vielen, vielen Dank, dass du mir deine Bilder zugeschickt hast, hat mich wirklich gefreut, die hier mit oder für, für die Zuseherschaft anzugucken, mich davon bestaunen zu lassen, und ja, ich denke auch, damit haben wir die mittlerweile neunte Folge tatsächlich, oder ist es die neunte? Ja, doch, die neunte Episode von der Papa bewertet eure Detailing-Hallen, haben wir fertig. Es freut mich, wenn du bis hierhin wirklich durchgehalten hast, wenn du bis hierhin durchgezogen hast und ja, bevor die Kamera jetzt noch ein sechstes Mal abkackt, sage ich Tschüss, ich bedanke mich hiermit fürs Zusehen, sag bis zum nächsten Mal, Ciao. 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 Ciao.